Was geht, meine lieben Freunde? Seid herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von A Way Out. Zusammen mit ERA. Wir sind schon sehr weit gekommen, hatten vorher hinter uns jetzt noch die Szene im Krankenhaus, wo wir den Cops entkommen mussten. Jetzt sind wir gerade auf einem Flugzeugleinplatz mit Emily, einer Freundin von Vincent, und versuchen jetzt, unseren Weg nach Mexiko zu finden. Vorher müssen wir noch ein paar Sachen machen. Wenn du spielen. Ich kann nicht ohne dich spielen. Ja, das geht gar nicht. Ich habe es in der letzten Folge nicht gemerkt. Dann machen wir ihn zusammen. So. Wie geht das denn? Springend? Ach so, das ist, äh, hier, Beachball, Volleyball, die ganze... Ach so, ne? Boah, ich werde da bestimmt nicht gut drin sein, oder? Bist du in A Way Out auch nicht? Das lassen wir doch unsere Freunde entscheiden. Boom! Okay, übertreib dich, okay? Komm schon. Ich bin einfach nicht gut da drin, das ist... Bist du das? Ich werde noch die Wände kriegen, du willst sehen. Ne, wirst du nicht. Du wirst höchstens die Wände kriegen. Nice! Jetzt war kackig, weil ich hier einen auf Großmaul mache. Ah! Okay, warte, 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 jetzt komm. Karma! Ne, komm. Karma! Jetzt haben wir wieder Gleichstand. Hey, guck mal! Karma! Das kann aber nicht wahr sein. Okay, man muss die anscheinend also wirklich so unten treppen. Diesen Ball muss man von unten treffen. Karma! Boah, der sitzt... Ha, 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 ha! Wuh! Scheiße! Komm! Ah! We get this, we get this, boys! So schön noch ein Eigentor, Eigenpunkt. Ja, immer schön nach rechts, immer schön nach rechts. Boah! That was close, mate! Nein! Ah! Irgendwann sind echt Kopf an Kopf rein. Das ist schon schwierig. Das... Ah! Jetzt gewinne ich. Jetzt gewinne ich. Einen Punkt fehlt mir noch. Einen Punkt fehlt mir noch. Einen Punkt. Boah, der war... Das war... Boah, der muss... Nein! Hör auf mit dieser Scheiße, Alter. Hör auf mit dieser Scheiße. Nein! Ich wette, du schwitzt schon, Alter. Nein, ich schwitze nicht. Doch, doch. Nein, ich schwitze nicht. Ja! Kacke. Jetzt ist... Okay, letzter Punkt. Matchball. Die sind stille. Nein! Wie kann das sein? Ja, Mann! Wie kann das sein? Ich habe gewonnen, übertreib nicht. Ja, Mann! Ja, Mann! Ich habe gewonnen, übertreib nicht. Ja, Mann! Ich will darüber sprechen, sagt er. Nein, nein. Du hast das Lockbuch? Das ist Lockbuch, glaube ich, ja. Okay, ich mache Zahn, Zahn, Zapf, Zapfhane öffnen und du könntest das Tor eigentlich anmachen, wenn du willst. Mach ich jetzt aber nicht. Das Tor nicht anmachen, öffnen. Warte, Benzi. Zapfhane entfernen, achso, hier wahrscheinlich, ja, oder? Ja. Okay, gut. Guys, can you please find my Lockbuch? Hast du hier ein Lockbuch? Ja. Ich könnte reinspringen. Schauen wir uns noch eben schnell um. Hangartor, eure Öffnung können wir noch machen und dann gebe ich ihr das Buch. Oh, das haben wir doch schon gesehen. Oh, ein Pitch mit einem Paper. Okay, Vincent, das reicht. Guck mal, hier, ein Schluck Wasser trinken ist auch immer ganz in Ordnung. Bevor wir jetzt in die Action gehen, ne? Äh, sollte man auf jeden Fall viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Haben wir hier noch ein Bierchen oder so? Ja. Ein Bierchen geht, glaube ich, immer klar, oder? Aber Vincent hat keinen Bock, anscheinend auf ein Bier. Mach nicht, so. Das kriegst du hier alleine hin, richtig, Leo? Ich muss dir nicht helfen, dann steige ich schon mal ein. Sollen wir beide hinten ansteigen? Ja, ne? So soll's ja sein. Bitteschön, Emily. Es reicht doch jetzt, ich bin noch da. I'm here, Emily, I'm here. Leo, you can do it a little bit faster. Hopp, okay, wir sind jetzt drin. Auf geht's nach Mexico. Jetzt beginnt die Szene vermutlich, die wir die ganze Zeit schon am Anfang gesehen haben. Ich denke mal, ich weiß es nicht. Und dann springen wir mit dem Fallschirm über Mexiko aus. Mexiko. Das wird, das wird Hammer. Ich finde es witzig, dass wir die ganze Zeit Mexiko sagen. Wo genau eigentlich? Als ob Mexiko so ein scheiß Fleck ist. So eine kleine Stadt ist, ne, ja. Ja gut, das finden wir dann wohl raus. Uh, da ist jemand nervös. Bitteschön? Nervosität ist immer gut. Bisschen. Du weißt, ich habe mich über deine Situation mit deiner Frau. Ich habe eine Lösung für dich. Okay. You should write her a letter. What? Look, I don't mean to interfere. But I had a similar situation with Linda. So I decided to write her a letter. And it worked. I laid it all out. And she gave me a second chance. You know? I'm just saying that writing a letter really helped. You know? I mean, of course, it's up to you. I mean, I'm just saying that it worked for me, but it doesn't have to... You know, anyways. Look, I'm just saying... Leo... Leo ist so ein perfekter Charakter für dieses Spiel, finde ich. Ja, well, I'm not really the writing type. Yeah, yeah, yeah. I mean, it was just an idea. It's just... Anyway, congrats on the baby. I'm really happy for you. Thank you. Yeah. Überleg mal, wo die jetzt gelandet sind, wo die gerade noch so ein paar Tage im Knast waren. Ne? Wo die jetzt... Und jetzt sind sie im Flieger nach Mexiko und bringen diesen Harvey vielleicht hier um. Mal sehen. Ja, ich will unbedingt mit der MP hier rumschießen jetzt. Stimmt, ja, die haben wir ja auch. Wir haben komplett andere Waffen. Ne. Ah, ja, doch. Du hast das M4, ich hätte die MP5. Ja, ich glaube, das ist jetzt einfach... Ja, das ist normal. Los geht's. Okay, 3, 2, 1. Auf geht's. Ich will auch mal gerne falsch hier springen. Es ist schön zu sehen, wie es hier eigentlich ist. Du kannst es steuern, ne? Ja, ja. Oh. Okay, ich fliege aber schneller. Siehst du mich? Ja, ne? Ja, ich fliege sogar an dir vorbei jetzt. Ne, ne. Ne, ne. Das kann man auch genießen. Willst du es? Guck dir das mal an. Ja, okay, ab jetzt können wir es genießen. Ab jetzt können wir es genießen. Mexiko. Oh, schön, schön. Ballschirm öffnen. Alter, das ist die jahrelange GTA-Erfahrung. Oh, du bist schon zu schnell. Wie soll ich das noch kriegen, also? Du musst dich beeilen. Wie soll ich? Ich kann nicht nach vorne. Was eine Scheiße. Ich glaube, ich hätte ziehen müssen, als er ziehen stand. Ich dachte, man kann es noch hinaus zögern. Okay, ich glaube, ich komme näher. Ja, ich denke, ich glaube, du kannst mich noch retten. Ja, okay, das gehört dann wohl dazu. Was eine Scheiße. Aber trotzdem muss ich sagen, schöner Ausblick. Was? Schöner Ausblick. Richtig, richtig schöner Ausblick. Muss ich zugeben. Wo fliege ich hin? Wo fliege ich eigentlich hin? Ich frage mich, wohin wir müssen, wenn wir richtig an der Küste jetzt landen. Richtig nah an der Küste. Wo müssen wir denn hin? Ich dachte, da sind wir wenigstens näher. Dann müssen wir uns ja auch durch den Dschungel kämpfen. Ist doch das selbe jetzt in Grün, was wir machen. Ja, das scheint so. Vor allem, wir landen auf dem Felsen. Wie soll ich da landen? Keine Ahnung, probier's aber. Da ist ein kleiner 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 kleiner. Ich liebe dich, Mann. Nein, du nicht. Ah, guckst du? Ja, ich habe dich, Mio. Nicht schrauben mich. Just hold on to me, okay? Ich meine, nicht schrauben mich. Richtig lustig, bin ich verstanden. Das war richtig lustig. Ich dachte, ich müsste, also ich habe nicht gezogen und ich dachte, deshalb habe ich verkackt, aber... Ach so, ich glaube, es hätte so oder so geklappt, ja. Ich wollte nur sagen, ich habe fast sterben. Nein, du hast nicht. Das sind echt nicht unsere Waffen. Das ist was ganz anderes jetzt. Ja, finde ich auch. Nervt mich aber. Was? Dass es nicht unsere Waffen sind. Hat mich voll auf unsere Waffen gefreut, Mann. Nee, warte mal. Wir haben unsere Waffen doch bestimmt nachher. Bestimmt haben wir die immer so leicht, Ich würde es aber gerne trotzdem mal kurz ein bisschen leiser machen. Damit ich dich ein bisschen besser höre. Das passt so, oder? Ja. Das war schon ziemlich laut, Maggie. Also erst ich, dann so. Wir kämpfen uns so oder so durch den Dschungel. Das ist schon. Interessant. Wir auch mal. Wenn wir echt mit diesen Waffen spielen, dann wäre ich auch ein bisschen upset. Hey, 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 komm in die Koffer. Ja, sieht ganz da noch aus. Oye, willst du ein Boko? Nein. Das ist ein Koffer da. Du siehst, zwei von ihnen. Zwei Kerle. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Bleiben Sie, wir flanken sie. Okay. Okay, wir flankieren. Ach, wir gehen beide von rechts, ne? Warte, willst du beide flankieren? Oder nicht? Ja, ich guck nur. Oh, der eine hätte uns fast gesehen. Pass auf. Wir sollten warten, bis der eine weg ist. Dann können wir die aufschalten. Jetzt, denke ich, oder? Jetzt können wir die aufschalten. Okay, ich nenne den linken, du den rechten. Du mit dem blauen T-Shirt, ich den vor. Eins, zwei, drei. Und jetzt den anderen. Ha, haben wir den beide abgewandert. Echt? Ja. Das müssen wir nachher nachher schaffen. Warum haben wir echt nicht unsere Waffen? Keine Ahnung. Behindert einfach. Los, du Rainbow-Spieler. Pack aus. Ich glaube, wir können uns gleich nachher auch die Waffen von denen nehmen, oder? Ich bin Rainbow-Spieler, aber nicht offensichtlich. Das ist schon schwierig. Ich denke, das ist alles. Können wir deren Waffen nehmen? Ja, das sieht nicht so aus. Warte, ich guck mal, das muss doch klappen. Was ist mit X? X kann man es verstecken. Nein, da ist ja gar kein Item, was du aufheben kannst. Das ist nicht nice. Das ist echt nicht nice. Warum hatten wir jetzt diese Waffen gekauft und alle so ein Zeug? Ich weiß es nicht. Oder haben wir die verloren? Nein, wo sollen wir denn? Die waren doch im Auto, aber wir hätten die doch vom Auto wieder zurückholen können. Ja, stimmt. Ja, keine Ahnung, dann weiter einfach. Vielleicht kommen, ich weiß es nicht. Ich hätte mich echt unheimlich auf die MP5 gefreut, Alter. Aber egal, also ich muss sagen, für diese Situation hier sind diese Waffen auch gerade besser. Nee, ich finde die MP5 besser. Das wäre für kurze Distanz besser als die MP5. Nee, das war ja nicht so eine lange Distanz, das reicht ja auch. Also ich finde die jetzt... Oh, shit. Oh, shit. Jetzt sind wir am Arsch. Oh, shit. Oh, shit. Stockberg. Bleib nur tief. Das hier. Bleib unten. Hast du das gesehen? Ja, ja. Achso, achst du, du hast abgerollt. Ah, okay, ich dachte, das wäre irgendwie so ein Bug oder so. Meinst du, wir kriegen den? Nein, 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 wir müssen erst mal abhauen. Oh, man. Ich bin gerade echt zusammengezogen, weil ich dachte, der kriegt... Wir müssen jetzt an die Wand... Warte, ich versuche an die Wand abzuhauen. Das ist so gefährlich. Ach du Scheiße, der hat mich gekriegt. Du musst wechseln, du musst die Seite wechseln. Du musst an die Wand, links. Links an die Wand, ja, genau. Ja, wieso? Jedes Mal, wenn er schießt, müssen wir abhauen. Wir müssen noch näher an die Wand rankommen. Der hat mich schon zweimal getroffen, Alter. Ich wäre ein... In echt wäre der schon tot. Ja, jetzt schaust du es, jetzt müssen wir da rein. Jedes Mal, wenn er schießt, haben wir so ungefähr ein paar Minuten Zeit, glaube ich. Mega, klar. Gut, jetzt sind wir hier drin, jetzt sind wir chillig. Der schießt ja gar nicht. Junge, Alter, der bringt... Alter. Wie duckst du dich denn, wenn man... Mit X? Also nein, bei dir ist es Dings. Äh, Vierk. Nein, nein. Lass mich vor, lass mich vor. Ah, okay. Man muss also an der Wand bleiben. Ich meine, du kannst dich ja nicht normal ducken, das meine ich. Du musst warten, bis du schießt. Wenn du schießt... Der schießt schneller als vorhin, oder? Einfach direkt wieder X drücken, dann versteckt sich. Warte, warte. Jetzt komm, komm hoch. Drück auf X schnell. Auf Vierk. Genau. Ich roll jetzt rüber, nachdem du geschossen hast. Ich weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon, wie ich das jetzt machen muss. Ich hab nur gedacht, man könnte sich auch normal ducken, aber das geht ja gar nicht. Nein, nein, das geht nicht. Du kannst hier entweder rollen, oder hier in Deckung gehen. Jetzt. Du kannst hier die ganze Zeit hier abrollen. Das hab ich auch gerade gemacht, aber... Perfekt, jetzt treppen hoch. Das klappt doch. Jetzt müssen wir hier rüber. Wir müssen hier... Ach, hier, kann ich nicht mehr. Das ist ja nice. Wir müssen uns da durchkrollen. Ach, shit. Vincent, get over here! Ja, Vincent, komm. Das wird close, warte, das wird close. Das wird echt close. Hier hoch. Die Leiter, nein, 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 die Leiter hoch. Alter, hast du das auch bei dir passiert? Okay. Ich dachte, der geht jetzt irgendwie auch durch, oder was? Okay, ich hab die Leiter gesehen, aber ich dachte, du willst echt da durch. Wir flankieren ihn jetzt also, okay? Also, ich fühlte... Ah, fuck! Leiter? Ja, Leiter ist gebrochen. Ich muss durch die Treppe, äh, durch die Tür, aber du musst ihn alleine... Das gehört zu der Story, ganz einfach. Du musst ihn selber ausschalten. Soll ich mir versuchen, ihn von hier auszuschalten? Grüß Gott! Na, komm raus da. Geile Waffe. Er hat hier noch so ein Bier stehen, oder was? Ah, jetzt muss ich... Ah, guck mal, da kommen Leute, da kommen Leute, pass auf! Ja, ich weiß, ich sehe sie. Ich lasse dich erstmal... Ich lasse dich erstmal... Damit du schön deine Sniper-Skills zeigen kannst. Jep. Sehr gut, den hast du geholt. Wo ist denn der Rest vom Schützenfest? Keiner. Was, nur vier Leute? Da kommen noch welche. Da kommen, da kommen, da kommen. Immer nach und nach. Also, ich glaube, ich lasse dich mal die Action machen. Guck mal, der. Den kriege ich nicht. Ich mache gar nichts, ne? Wieso ballert er mich eigentlich genau ab? Ich glaube, ich müsste dir ein bisschen helfen, oder? So, den habe ich hier. Wow, die fliegen aber weg, ey. Ist das ein Gegner? Bist du das? Nein, das bin... Ah, Yara. Du machst mich hier fertig, Yara. Warum kann ich deren Waffen nicht mehr aufmachen? Wo? More of them. Ah, da. Direkt unter dir. Okay, den einen habe ich mir weggeschnappt. Wo ist der Rest? Das war's. Leo, cover me! Ah! Da oben, ja, den musst du weggucken. Daneben. Junge, was? Ich habe doch... Alter, dreimal habe ich jetzt auf ihn geballert. Kriegst du den, oder soll ich den? Den, da oben? Ja, endlich. Aber ich hoffe, muss ich denn auf ihn schießen. Mann, 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 Mann. Da kann man sich ja nicht mehr auf seinen Kollegen verlassen, hier. Ey, sei ruhig. Ey, übertreib nicht. Da kommen noch mehr. Hinter dir. Hast du ein Problem? 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 Ah, ich würde mich lieber verstecken. Alter. Versteck dich doch... Vincent, was ist das für mich versteckt, Mann? Die schießen mich hier ab. Leo, ich brauche deine Hilfe. Egal, ich hole dich. Leo, super blöd. Ich sterbe gleich. Nein, nein, ich hole dich. Ich sterbe gleich. Wir haben es, wir haben es. Okay. Warum gehen diese Dinger kaputt? Ich verstehe das nicht. Ach, so schnell bist du jetzt bei mir? Ich bin unter dir direkt. Ah, da. Hey, was? Ich dachte... Ne, ich dachte schon, ich kann noch was aufheben. Okay, schnell nachladen. Oh, ich finde das echt schade, dass wir nicht unsere Waffen haben. Das ist wirklich sehr schade. Sehr, sehr schade. Müssen wir hoch? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, ich muss runter, oder? Ja. Wenn du runter musst, dann muss ich nach oben. Hä, was? Wieso gehst du hoch? Ach so. Ich bin jetzt unten. Ah, okay. Ich dachte, er wäre auf dem selben Niveau. Hier. Komm, Vincent. Hilf mich hier ab. Ah. Ah. Man will direkt drüber springen, ne? GTA-Style oder so. Ey, Mann. Ah, das wäre so cool. Ich habe das Gefühl, dass jetzt gleich was passieren wird. Ja, wann passiert denn etwas? Nicht irgendwas. Hier, speziell hier. Hier, das Spiel ist berechenbar. Oh, was für dich. Guck mal. Wow. Ich wusste auch nicht, dass Mexiko so schön ist. Ich dachte immer an... Dachte ich auch nicht. ...Gangs und... Ja, Drogenkartell und so. Ja, genau. Und ganz viel Wüste. Also nicht Wüste, aber Savanne oder wie auch immer das heißt. Lass mich durch. Wir müssen das schieben. Ja, ich muss aber rum. Du hast es mich da getrappt. Let's go. Let's get it. Let's get it. Ach, guck mal. Das haben die nicht gehört, dass wir da drüben geballert haben. Ja, gar nichts. Die wissen gar nicht, dass ihr... Ach, guck mal, wie viele Markierungen. Ja, dann los geht's. Warte, nein, nein, nein. Das ist gleichzeitig. Nein, warte. Du musst von rechts. Vielleicht kann man das auch schlauer machen, oder? Wie denn? Leise? Kann man die? Ja, ich glaube schon. Man kann die bestimmt ausschalten, so wie wir es vorher mal gemacht haben. Weil die, guck mal, die sind viel zu... Ja, genau. Du könntest den da hinten nehmen. Genau, aber pass auf. Sie müssen dem mit dem Rücken zu uns gewendet sein. Und dann der zum Beispiel sieht... Den linken nehme ich. Guck mal, da rechts, rechts. Nehmen die rechts, rechts. Ist jemand rechts. Pass auf, pass auf, pass auf. Schnappst du dir die zwei? Nein, das ist... Warte, warte. Guck mal. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Aber links. Nein, links. Die zwei nimmst du. Fuck. Die haben uns... Geh runter, geh runter, geh runter. Hör auf, hör auf zu rennen. Hör auf zu rennen. Ich muss doch rennen. Duck dich, Junge. Du musst schleichen. Okay, ich nehme die zwei rechts einfach. Du nimmst sie dann in der links. Junge, wieso rennst du? Du sollst schleichen. Ja, aber die hat mich doch fast gesehen. Ich muss da rennen. Ja, deshalb musstest du dich einfach nur ducken und wieder ruhig sein. Okay. Ich schnapp mir die zwei hier rechts. Ja, okay. Dann gehe ich hier hoch. Ah, ich hole mir den jetzt. Okay, das war's. Das war's. Der hat mich gesehen. Oder auch nicht. Okay, hol sie. Das war's mit Stealth-Modus. Was ist mit denen los? Hä, sind die dämlich? Die gehen nur auf dich rauf. Nein, nicht mal das. Der dreht sich ja nicht mehr zu mir. Oder die haben dich echt nicht gesehen. Oder die haben nur mich gesehen. Bist du das? Ich versuche echt, dieses Test-Modus jetzt durchzuziehen. Geht doch nicht mehr. Doch. Das geht. Wie gehst du da durch? Sag wie. Einfach wieder an die reingehen. Dann geht das. Ich geh einfach oft genug in Deckung. Ich bin mir nicht sicher. Aber die haben ja auch eine Zielhilfe. Das heißt, wenn du ungefähr so in der Mitte stehst, dann zielt der automatisch auf die Männer, glaube ich. Ich glaube nicht. Nee, gar nicht. Bei mir gar nicht. Nein, bei mir überhaupt nicht. Guck mal. Egal, wo ich hinziele. Der zielt immer einfach da. Ich hab keine Ziele. Genau, ist nur noch einer. Lass uns. Oder auch nicht. Okay. Gut. Wer bin ich denn schon? Wir sind fertig. Komm raus. Ich hab mich so dumm angestellt. Aber das sind auch welche. Let's get it. Okay, es wird Zeit für Rambazamba, guys. Es wird Zeit für Rambazamba. Boah, das war close. Bro. Da kommen welche. Ja, ich will die richtig vom Hals. Let's mal schön nachlassen. Okay, den da oben, den schnapp ich mir jetzt erstes. Ich hole den da oben, hole den da oben. Ah, die kriegen mich alle. Egal, wo ich bin. So, schnell da hin. Okay, den da oben hab ich. Nio, willst du dich mal verstecken? Vincent, sorry. Ist der hingefallen? Nee, ist einfach hingefallen oder so. So. Wer von uns kriegt den? Ich natürlich. Bam. Du bist auch ein Controllerzocker. Ich nicht. Das heißt ja nichts. Ich hab schon lange keine PS4 mehr getan. Wir müssen sowieso die Treppen, ich bin mir sicher. Ja. Das wäre auch zu einfach gewesen. Einmal nachladen. Oh. Wieder so ein hässliches Auto. Immer die gleichen Autos. Wir kommen aber nicht hier raus. Wir müssen hier. Das ist das Auto hier. Guck hier, das müssen wir runterschieben. Over here, Vincent. Help me push this car. Okay, gut. Dann kommen wir hier rum. Zack. Und dann? I have no idea. Wonderful. Was hat uns das jetzt gebracht? Ah, wir können es da runter. Wir sind jetzt über diesen Wagen gesprungen. Der Wagen steht jetzt oben, glaube ich. Ich bin nicht sicher. Always a winner. Dafür kommen wir jetzt hier runter. Das reicht ja schon mal. Dann können wir uns von unten nach vorne, beziehungsweise nach oben rantasten. Slow but steady. Da ist bestimmt irgendwas. Nein, hier ist nichts. Das ist nur eine Tür, die wir aufbrechen können. Nein, zum Blöden. Ach, Waffe wechseln. Guck mal. Das ist doch nötig. Ach, guck mal. Das sind genau die gleichen. Willst du jetzt die MP4 nehmen? Dann nimm die MP4. Ich würde. Wieso haben wir unsere nicht mehr? Das verstehe ich gar nicht. Jetzt haben wir die. Du reichst doch. Ja, weil ich verstehe das nicht. Boah, jetzt geht es ab. Das sag ich dir. Und ich habe eine Schuhe. Boah, geil. Guck mal hier. Boah. Sag, erstmal schön die MP5 hier, so wie ich sie mach. So wie ich sie mag. Können wir noch was anderes nehmen? Warte, aber was ist denn da hinten? Was ist denn da hinten? Da in der Richtung. Da ist noch irgendwas. Siehst du das? Wo? Diese Markierung? Oder bin... Ja, hab nur ich die? Das sind die. Das sind die Waffen hier. Nein, guck mal da. Hä? Siehst du diese Markierung? Ja, warte. Okay, du hast die gar nicht. Dann ist das ein Fehler oder so. Ja, geh mal näher ran. Vielleicht ist da ja was. Nein, da ist er nicht. Das ist ja hinter dem Stein, hinter dem Felsen und so. Nein, vielleicht ist es am Baum gewesen. Na, Junge, was denkst du eigentlich? Ja, vielleicht was weiß ich. Was denkst du eigentlich, dass ich hochklettern soll oder was? Okay, guck. Wir müssen die Tür zusammen aufbrechen. Wir haben unsere Waffen, Mann. Jetzt freue ich mich. Drei. Go. Oh, man. Das ist doch der eine. Ja. Der, der mit dieser, mit Jasmine oder so telefoniert hat, oder? Ja, genau, 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 genau. Oh, jetzt wird er irgendwie... Jasmine. Kann ich die in die Deckung wechseln? Das wird nicht rum. Los, los, du musst durch. Ja, ich bin doch. Ich kann nicht. Kann ich überhaupt was bewirken mit meiner... Nein, kannst du nicht. Die sind ja versteckt. Das bringt nichts. Du musst einfach noch von Deckung zu Deckung. Okay, die schießen eh nur auf dich. Das heißt, ich könnte hier rumlaufen. Ich schieße da drauf, damit die auf mich ballern. Hier, so kannst du durchlaufen. Ich werfe das jetzt und dann musst du das Ding aufbrechen. Hier, ihr müsst jetzt auch schießen. Boom. You got bars in this. Geil. You got bars in this? Nein. Okay, gut. Dann werden wir gesperrt. Das hast du schon mal heute gerade gesagt. Ich weiß. Deswegen, ich dachte... I know, I know. Ist hier noch jemand? Kann mir durch. Ja. Was ist denn hier los? Wir sollten vorsichtig sein. Ecken abchecken. Ich komme bestimmt hier raus. Okay. Gib mir eine Hand. Lass uns das hier rüberholen. Tag. Okay. Wir könnten einfach drüber klettern. Warum? Dann gehe ich schon. Aber, ja, keine Ahnung. Wir haben es gerne umständlich. Da steht jetzt bestimmt Harvey oder so. Ja, komm. Wir sind jetzt hier auf der Villa von Harvey. Was ein Cut. Was ein Übergang. Geil, ne? Oh, man. Da ist noch rechts einer. Alter, der hat ja... Alter. Der holt mich doch direkt. Egal, ob ich in Deckung bin oder nicht. Alter. Hast du doch oder nicht? Krass. Ja, ich habe ihn jetzt. Ey, heftig. Den habe ich auch. Der nächste. Wo ist der da? Links von dir. Links von dir. Ja, ich weiß nicht. Ich sehe ihn. Der ist nur gerade in seinem Deckung. Ich kriege ihn nicht. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Es kommen weitere. Lappner. Habe ich schon. Okay, ich habe die linke Seite. Ich hole die rechten. Kommt der da nicht raus? Müssen wir vorrücken? Nee, nee. Glaube ich aber auch. Ich treffe ihn, aber das passiert nicht. Ich glaube, wir müssen vorrücken. Da kommen noch mehr. Alter, war das knapp. Ich glaube, wir müssen noch weiter nach vorne. Don't touch my friend, my dude. Oben ist einer. Ich kriege ihn gar nicht, Alter. Was ist denn mit mir los? Okay, dann hast du eine neue. Waffen für Dings, für die kurze Distanz. Ja. Guck mal, der eine schießt, aber der wird gar nicht markiert, Alter. Krass, Alter. Was ist denn jetzt los? Okay, den haben wir nicht markiert. Den habe ich jetzt. Gut. Da ist noch einer, der schießt. Ja, der wird aber nicht markiert, habe ich dir gesagt. Den habe ich mir direkt vorrücken. Pass auf, da rechts ist auch noch einer. Hier ist die Tür. Ach, das bist du. Wie schnell bist du eigentlich? Meine Güte, aber... Ja, deine Call of Duty Vergangenheit. Ich habe aber voll auf daneben geballert, also war ich jetzt auch nicht besser. Okay, one, two, three. Come on, let's go. Harvey, you are dead. Come to me. You think you just come into my fucking house? Ah, Grenade-Launcher. We have a serious problem there. Okay, komm, wir müssen irgendwie vorrücken. Aber warte, ich glaube, das sind noch andere. Ja, das sind noch ganz viele andere. Erstmal hierbleiben und die anderen eliminieren. Meinst du, okay, ich versuche, die linke Seite zu halten. Oh, shit, ich hole die rechten. Würde nicht alles wackeln, wäre es einfacher. Ja, aber dann wäre das schon nicht so gut für uns. Okay, ich gehe einen nach vorne, sonst wird das nicht. Ah, Mist. Ich gehe auch nach vorne. Hinter diesen Glasdingern, ne? Ja, genau. Okay, hol du die linken. Okay, gut. Links, einen eliminiert. Ich auch. Ich glaube, wir müssen noch einen nach vorne. Ich renne nach vorne. Ich auch. Sonst kriegen wir die nie. Ja. Slow but steady. Boah, das war close, Alter. Ich habe den, ich habe ihn hinter dir. Genau. Okay, voll, voll. Und dann da drüber. Da oben ist einer. Ich glaube, wenn du in der Deckung bleibst, ist alles gut. Ja, ja, vor den Granaten bist du dann sicher. Anscheinend. Komm, schon, zeig dich doch. Komm, Alter, wie viele schluckt der noch? Das freut mich gerade auch. Okay, gut, den habe ich auch. Einmal nach vorne. Da oben ist einer. Einmal noch nach vorne, kenne ich. Okay, da ist noch einer, der nicht markiert ist. Okay, jetzt ist der markiert. Nee, nicht mehr. Okay, dann mache ich den so fertig. Pass auf vor dir. Alter, ich habe ihn. Ja, okay, du hast ihn auch. Den habe ich auch. Yes. Okay, schnell, 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 schnell. Alter. Du musst in der Deckung bleiben. So lange du nicht in der Deckung bleibst, ist es gefährlich. Wo ist der überhaupt? Da oben, ne? Der ist oben. Wir müssen hoch jetzt. 3, 3. 1, 2, 3. Los, komm, komm, komm. Alter. Harvey, my dude. Harvey, my dude. Harvey, my dude. Das kann doch nicht so einfach sein. Dann werde ich sorry drehen vorbei, oder? Es bricht alles zusammen. Okay. Und jetzt bricht alles zusammen. Jetzt bricht alles zusammen. Wo sind wir? Wo ist er? Ist er weiter hoch? Don't even think about it. Slide it over. Du bist links, ne? Anscheinend. Alright. Here you go. Genau. Perfekt am Brandsteg. Genau. Ne, warte. Überlegen wir mal. Nein, wir haben... Nein, überlegen wir. Dich, dich, dich ist der Hintergang. Und mir hat der Mord vorgeworfen. Wir haben beide das Recht. Also, wir können uns hier nicht entscheiden. Doch, weil der Mord finde ich... Finde ich krasser. Der hat dir nicht nur die vorgeworfen, der hat deinem Bruder ermordet. Das meine ich damit. Bei mir war es nur, dass er gesagt hat, ich war hier... Also, er hat mich... Weißt du, was meine? Er hat mich da verraten. Und dann... Deshalb würde ich sagen, hier. Mein Zeil ist bei Vincent. Okay, gut. Machen wir es jetzt weg. Das heißt's... ... ... ... ... Hula. Tuh. Shut the fuck up! One more word from you, then I'll put a bullet in your face. Wait, wait, wait. Leo. Nein, ich habe es noch immer noch. Ich habe es noch nicht dafür, richtig? Der Diamant. Es ist alles dein. Es ist in dem Schiff. Da oben. Du kannst es nehmen. Komm schon. Geh hoch. Geh. Ich würde den Diamanten nehmen und den Typen umbringen. Ja, das finde ich klar. Ich glaube, dann hätten beide was davon. Da ist eine Waffe drin. Der wird sie ziehen. Ja. Ja, danke. Jetzt musst du schießen, pass auf. Lass ihn gehen, Arby. Lass den Scheiß runter. Mein links, mein links. Dein links, ja genau. Eins, zwei, drei. Das geht nicht, das geht nicht. Du denkst, du kannst zu meinem Haus kommen? Ich glaube, ich kann langsam näher zu dir kommen. Ich kann nicht. Stoß ihn ab, stoß ihn ab. Kann ich nicht. Ach, da, da, okay, da habe ich gesehen. Okay, bist du bereit? Eins, zwei, drei. Jetzt. Boah, krass. Krass. Ja gut. Guck mal, wie ekelhaft er spritzt, Alter. Wir müssen jetzt beide schießen. Guck dir dir an, Alter, wie ekelhaft er aussieht. Ich will, dass das ganze Pool rot wird, Alter. So ein richtiges Blutbad. Wird's aber nicht. Soll's aber werden. Wird's aber nicht. Soll's aber. Soll's aber. Wir setzen dir den Cut, würde ich sagen, oder? Warte. Und wir können. Sonst wird das nichts. Moment, warte mal. Alles klar. Hier ist dein Cut. Freunde, hier ist dein Cut. Wir danken euch vielmals für's Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.